Wir bieten so viele Sachen an. Bei uns geht es ja bei einer Kinder-Uni los. Hier sind ja kleine Kinder von 8 bis 13. Die gehen bei uns schon zur Kinder-Uni, um in diese Branche zu kommen. Und wir bieten da ja in diesen Sektoren, wir haben eine eigene Akademie. Machen Sie eigene Deutschkurse, so richtig? Ja, die kommen ja auch hin regelmäßig und wir unterstützen die. Ja, und das sind alles so Sachen, also für uns sind die mittlerweile selbstverständlich geworden. Aber das ist auch das natürlich immer schon Sensibilisierung auch aller Mitarbeiter. Und mittlerweile sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, dass es zum Automatismus wird, nicht mehr so irgendwie in Frage gestellt. Ich glaube, da sind auch die Frauen heute so weit, dass sie sich schon reflektieren und wissen, was los ist und dass das halt auch nicht immer ein Job ist, wo ich abends zu Hause bin. Aber ich sage immer, für alles gibt es eine Lösung. Und wir müssen einfach in der Kommunikation bleiben und dann finden wir auch eine Lösung. Und das haben wir bis jetzt immer so gehalten und das hat bis jetzt auch immer gut funktioniert. Musik